Du, weisst du, was ihr noch oben gesehen habt? Komm, ich zeig dir das noch schnell. Ja, Boss, ist das ein Sieberschläger? Komm raus, ein kleiner. Nein, das ist ein kleiner. Und dann noch eine Chance. Ja, das ist ein kleiner. 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 Ja, das geht nicht. Aber das denkst du ja nicht. Ja, das ist ein kleiner. Ja, das ist ein kleiner. Wenn links und rechts die Niederung fassen. Ja, überall. Nein, das war doch einfach neigierig. Ja, komm, zeig dir das einmal, Franz. Ich finde die Haare noch lustig. Da, wahrscheinlich schau. Ja, okay. Ja, also, weisst du, sind noch so Teile dran. Wassertreppchen. Nein, schau dir das einmal an. Das ist ein kleiner. Wirklich, schade. Ich habe übrigens gestern noch einen gesehen. Aber auf den Beinen, oder? Ja. Das gehört jetzt da hinten das Wasser. Ja, das ist es so. Ja, da, auch rein. Ist es schon steif? Ja, ja. Gut, das Wasser, das müssen wir jetzt halt immer. Ja.